So, jetzt sind wir wieder unterwegs. Wir haben gerade die Konrads verlassen und jetzt geht es in Richtung Jokmok und wir werden aber vorher noch eine Straße machen. Ja, müssen wir gucken, ob wir da durchkommen. Wir haben gerade gesehen, durch das Tauen sind die Spuren sehr tief. Man sagt ein und da sind wir ganz schlecht rausgekommen, gerade aus der Straße. Wir wollen eigentlich jetzt noch zu einem Pärchen fahren, die wir gestern Abend kennengelernt haben, die eine Husky-Form haben. Und ich hoffe, dass wir da mit dem Auto hinkommen. Ja, das ist eigentlich der Plan jetzt. Schauen wir mal. Wir waren jetzt gerade auf dem Weg zu den beiden mit der Husky-Form. Aber dadurch, dass das so stark taut, weil es hat sich wirklich erwärmt und schwer am Tauen, waren die Straßenverhältnisse derart schlecht. Dass wir da jetzt bedenken hatten, dass man da nicht richtig ankommt, ne? Und da hat Michael wieder rumgedreht. Schade. Echt schade. Ich weiß nicht, das ist ein Talent. Ja. Ja, naja. Geben wir uns fürs nächste Mal auch, ne? Und ja wohl hoffentlich auch noch mal nächstes Mal gehen. Haben wir ja schon gesagt. Wir besuchen sie bestimmt noch mal, Leute. Vielleicht beim nächsten Mal, ne? Oder auf Ruhigweg, ja. Schade. Ein. Heute werde ich verwöhnt. Heute steht der Chefkoch am Kochtopf. Ich habe es heute gut. Ich kriege heute mal gekocht. Boah, das ist voll cool. Ich liege hier in der Koje oder sitze in der Koje gemütlich eingemummelt. Wir warten auf die Polarlichter. Und der Chef kocht heute nicht. Cool. Was gibt es denn Gutes? Wumtum gebacken. Was ist Wumtum? Gebackener Hund. Sag mal. Ja. Ich weiß nicht, was es gibt. Wenn es gut läuft, wird es eine Schweinelände. Wenn es schlecht läuft, Pitta-Flitter. Das wird schlecht hier mit Pitta-Flitter. Aber riechen tut es gut. Oh. Hunger. So. Jetzt gibt es Stärkung. Weil heute kann die Nacht lang werden. Das Schweinefilet. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich habe noch nicht probiert. Bei der Soße habe ich ein bisschen geholfen. Ja. Und jetzt stärken wir uns für heute Nacht. Ich habe noch nicht geholfen. 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 So, nach dem ereignisreichen Abend, Nacht, Nacht? Nacht war es, nicht Abend, machen wir heute mal ein schönes Frühstück. Heute gibt es kein Müsli, sondern Brötchen. Jawohl, hat sich der Herr gewünscht, kriegt er. Und jetzt koche ich noch Eier und dann gibt es einen schönen Kaffee. Und das ist unser Aussichtsplatz, hier steht noch ein Pärchen. Die waren allerdings gestern Abend nicht draußen. Die haben tatsächlich geschlafen, obwohl hier oben die schönsten Lichter getanzt haben. So, nach der langen Nacht, wir sind noch alle beide ein bisschen müde, gibt es jetzt ein ausgiebiges Frühstück und dann geht es weiter. Wie lange fahren wir? Zwei Stunden. Zwei Stunden müssen wir heute noch fahren. Dann geht es ein Stückchen nordwärts. Mal gucken, ob wir noch mal so eine schöne Nacht erleben wie gestern. Gelle? Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Gästigen, Gelle? Ja. Ich bin heute schon ein Stückchen. Ich bin heute schon ein Stückchen. Ich bin heute schon ein Stückchen. Amen. Amen. MUZIEK 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 Ik heb hier een stukje, dat is hier. Ik denk dat je normaal een stukje aan de troon hoeft. MUZIEK 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 We hebben weer dezelfde fejler. E-122H. MUZIEK 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 durchhalten, oder? Chef? Ja klar. Michael sagt gerade, die Kameras können wir nicht aufbauen, die müssen wir aufbauen. Ja, dann musst du dich daneben stellen. Ja, natürlich musst du dich daneben stellen. Aber ohne aufgebaute Kameras, mit Stativ, keine Fotos. Sonst geht es nicht. Michael ist etwas genervt heute von der Heizung. Das war auch vorhin ein Schreck, ne? Aber irgendwas ist nicht so ganz in Ordnung, ne? Merkwürdig. Richtig, irgendwas ist vorne. Na ja, schauen wir mal. Hoffentlich hält sie durch. Das war auch vorhin ein Schreck.